Hallo, ich bin Anna Lu und ich bin heute bei SWR Fernseher bei KVDT und ich zeige euch, was wir heute so alles machen. Ich habe gerade mitbekommen, alle Tomaten haben Namen und da ganz unten ist die Gerda, die essen wir nachher. Ja, ich sage Trouwen. Power Game. Ja, ich sage Trouwen. In my destiny. And I don't escape the current of the way. And there's dreams of love, we got you made. Lost in my dream world, think about my life, and I get lost in your eyes. But when I see you, I think it's the right time, cause I get lost in your eyes. Ja, Heike, es geht um magische Momente, also um diese allererste Begegnung von zwei Menschen, dieser Moment, wenn sich Blicke zum aller allerersten Mal treffen. Lost in my dream world, think about my life, and I get lost in your heart. Think about my life Then when I see you And I get lost in your eyes Lost in my dream world Think about my life And I get lost in your eyes Then when I see you I think it's the right time And I get lost in your eyes Anna, are you ready? Yeah I'm going to show you I'm going to show you Here we go This is our Bühne In the garden of the cafe In your eyes Freitags Bei uns immer Musik Bei mir ist die Sängerin Anna Lu aus Rheinfelden Mit ihrer Band Und sie performt gleich den Titel Tell me your name for us Come to me Tell me your name who is going to show you For the size of the cafe We are going to show you In the garden of the cafe We have a theme Really doing that? I don't know